Es war eine beeindruckende Kulisse, hat viel Spaß gemacht, auch das Training mitzuerleben. Der Trainer hat eine wahnsinnig umgängliche Art, ist sehr kommunikativ und ist, glaube ich, für uns alle Spieler sehr angenehm, dass er so auf uns zukommt und so offen ist. Meistens auf Deutsch oder den Großteil auf Deutsch und dann ein, zwei Worte, so ein Deutsch-Englisch-Mix. Wenn was fehlt, dann wird Englisch zu Hilfe gezogen und ansonsten auf Deutsch. Ich war wahnsinnig froh, dass die Jungs so umgänglich sind, mich gut aufgenommen haben, alle direkt auf mich zugekommen sind, mich begrüßt haben und deshalb war so der erste nervöse Punkt überstanden. Und dann auf dem Platz, klar, war es auch etwas Besonderes vor so vielen Leuten zu trainieren für mich, auch das erste Mal. Aber im Endeffekt war man dann im Training drin und hat es gar nicht so wahrgenommen. Wie gesagt, der Trainer war sehr umgänglich, kommt auf alle zu, auf jeden zu spricht sehr viel und deshalb war es gar nicht so schwer dann im Endeffekt.